Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort vermutet. Geht hier vom Dienst zu melden. So, das muss jetzt ganz fix gehen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht ein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ja, ja, ja. So ist... Hau ab! Na-tür-lich! Ihr wollt mich wohl verarschen! Dick! Boah, leckt mich am Arsch! Alle hier in der Ecke getötet, ey! Waren das jetzt alle? Da hinten läuft noch so ein komisches Vieh rum. Gut, hier ist sonst nichts weiter. Gibt's hier vielleicht irgendwo eine Rune? 50 Meter... 147... Natürlich! ... ... ... ... ... ... ... Ach du Scheiße! Da muss ich erstmal kurz speichern. Boah, das wird ja heftig hier! Wie viel Heiltrinker habe ich mir überhaupt jetzt verbraucht? Natürlich sechs Stück! ... Aber hier ist ja wenigstens einer! Am Rücken hat der einen Wal-Tan-Walöl-Tank! Diese Aussicht ist doch herrlich! Diese Aussicht ist doch herrlich! Was?! Leckt mich am Arsch, ey! ... ... Bin ich hier sicher, bin ich hier sicher, bin ich hier sicher? Ich vermute mal nicht. Alter Schwede. Wie soll ich denn da reinkommen, ganz ehrlich? Natürlich, ich laufe mal hier wieder bei den Ratten rum. Ist ja logisch. Da komme ich auch nicht hoch. Ist das eine Rune? Nee, tyvianisches Erz. Super. Ja, aber hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Zutritt verboten. Hauptmann, bla bla bla, ich muss Sie bitten, mit einem Ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keyes erstattet Ihnen einen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. Ich weiß nicht, was sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keyes sich für das Okkulte interessieren soll. Wie dem auch sei, ich bin hier kein Aufseher, also es ist mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unseren Männern ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Interessant. Dunwall Tower, wir laufen hier irgendwo am Rand rum und müssen aber in die Mitte. Heilige Scheiße. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Wir hatten alles zum Kreuz. Alter! Das da oben scheint die Sendezentrale zu sein, wo ich irgendwie reingehen muss. Ich gehe aber mal erstmal auf den höchsten Punkt. Leck mich am Arsch. So. Das bringt mich anscheinend auch nicht viel weiter. Jetzt machen wir hier gerade mal richtig Attentäter-Style. Zum Glück leuchtet der Scheinwerfer nicht hier hin. Ah, da geht's rein. Sehr schön. Zum Foyer des Dunwall Towers. Okay. Wir kommen dem Ziel immer näher. Der Lord Regent hat Dunwall Tower, bla bla bla. Seit Blocken ist ein integraler Kampfbestandteil. Hört sich gut an. Alter, wo ich hier lang krieche. Was geht da unten vor sich, General? Es liegen keine Berichte über Störungen vor, Lord Regent. Mir egal. Verstopfen Sie die Wachen. Verdreifachen. Alles Nötige muss getan werden. Ja, Lord Regent. Weil das Dach sicher ist, sollten Sie für den Moment im Schutzraum bleiben. Meine Männer und ich stellen sicher, dass niemand hochkommt. Ja, tun Sie das, General. Ich gehe nach oben. Sichern Sie diesen Bereich und aktivieren Sie den Alarm, wenn es Ärger gibt. Natürlich ist er bis oben. Und da oben ist die Senderzentrale. Scheiße, wie soll ich das denn machen? Wie komme ich zu der Senderzentrale? Also ihr merkt schon, ich gehe jetzt gerade mal ein bisschen vorsichtiger vor. Schlüssel zur Senderzentrale erforderlich. Wo kriege ich den her? Moment, ich speichere mal ganz kurz. Weil jetzt, wo wir gerade drin sind, da bietet sich das gerade mal an. Bevor ich den angreife, möchte ich lieber erstmal hier einen sicheren Safepoint haben. Kugeln. Manipulieren. Schlüssel. Schlüssel. Alter, für jeden Scheiß haben die hier einen Schlüssel. Die Leiche liegt natürlich jetzt noch da rum. Moment, jemand ist zu uns. Wollen wir? Wachen, zu mir! Ich werde dich den Hunden vorwerfen. So, die werden ausgelöscht. Boah, ich bin auch gerade ein bisschen ruhiger. Okay. Da sollte ich wahrscheinlich nicht runter Ich muss irgendwie versuchen Aufs Dach zu kommen Aber ich weiß nicht jetzt genau Gemächer des Foltermeisters Da ist ein Heiltrank, den ich gerne mit Also Gesundheitselixier, wie es hier heißt Ich glaube, ich glaube hier vollkommen falsch Auf jeden Fall trinke ich erst mal so einen Mana-Trank Alter, was will ich denn im Keller Ach, Gemächer des Foltermeisters Alter, da steckt ganz schön viel ein Alter, was ist denn das für ein kranker Bastard Eine Rune Hier bist du nun, Korvo Inmitten der hohen Festung seines Feindes Was für ein beeindruckendes Bild Du auf deinem Weg zum Lord Regenten abgibst Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach zu ihm zu gelangen Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre Wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst? Oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du wieder Herstellung Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reisen? Wie auch immer Ich erwarte ein großes Spektakel Hund Alter, schlägt er hier einfach die Leichen Eine Fünfermünze Erstmal ein Apfel Und dann Versuchen wir mal aufs Dach zu kommen Senderzentrale zum Dach 116 Meter Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme Erstmal benutzen Okay, hier ist nichts weiter Ach du Scheiße Sehr gut Ich werde die Sicherheit oben selbst überprüfen Sicherlich Ja, General Mäh So, da hinten ist das Dach Glaubst du, dass du nach gestern Nacht Dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich Wie komme ich da hoch? Ich muss ja hier die Treppe nach oben Natürlich Natürlich Lass mich nicht nach dir suchen Jetzt habe ich dich Ja Ich bin hier Ich bin hier